Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur 22. Jugendkonferenz der IG Metall. Es geht um unsere Vision, unsere Zukunft. Es freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Es geht um unsere Vision, unsere Vision, unsere Vision, unsere Vision. Es gestaltet die Arbeits- und Lebensbedingungen eurer Kolleginnen und Kollegen. Deswegen bitte ich euch, geht in die Diskussion. Geht in die Konflikte in den Betrieben. Fragt andere, was sie wollen und kämpft für eure Themen. Und das macht nochmal deutlich, dass es gut tut, wenn die Jugend eigene Forderungen einbringt. Sie auch verstärkt und zwar Forderungen, die über den vielleicht schon noch ein bisschen mehr ins Morgen reichen als allein ins gestern. Wir brauchen endlich wieder mehr Ausbildungsplätze statt weniger. Wir brauchen endlich mehr Betriebe, die ihr Engagement erhöhen und auch jungen Menschen mit Hauptschulabschluss eine Chance geben, einen Ausbildungsberuf zu erlernen und abzuschließen, Kolleginnen und Kollegen. Wir stehen zusammen, wir stehen stark zusammen. Das sind wir, das sind wir. Wir sind die IG Metall. IG Metall. Unsere Zeit stark. Seid stark. Seid unbequem. Seid die IG Metall-Jugend. Denn unsere Zeit ist jetzt Unsere Zeit ist jetzt Wir sind die Ideen Unsere Zeit ist jetzt Wir haben es geschafft 109 Anträge abzustimmen 63 Änderungsanträge Unsere Ideen kennen keine Grenzen Unsere Solidarität Leben wir ohne Schranken Unsere Stärke ist der Dialog im Betrieb In den Berufsschulen An den Hochschulen und überall sonst Nach innen und nach außen Ich schließe die 22. Jugendkonferenz Ihr seid großartig, die EG Metall Jugend ist großartig Vielen Dank Wir haben es geschafft BAM Unser Zeit ist jetzt Unser Zeit ist jetzt Unser Zeit ist jetzt Unser Zeit ist jetzt Unser Schicksal Unser Zeit Unser Zeit Unser Zeit Unser Zeit Ich fand es super, dass wir uns Komplett solidarisch gezeigt haben Coole Diskussion Total spannend Ich fand es gut, wie kontrovers wir diskutiert haben Und dass wir doch zum Entschluss gekommen sind Es war eine ganz große Klasse überhaupt hier mit dabei zu sein Ich glaube, es hilft uns für die nächsten vier Jahre wirklich auch nochmal weiter konstruktiv an den Themen, die wir beschlossen haben Weiterzuarbeiten Und da auch gemeinsame Diskussionsprozesse hinzubekommen Und ich habe da gerade ein richtig geiles Gefühl Und ich glaube, das wird die nächsten vier Jahre eine richtig gute Zeit für uns als EG Metall Jugend